Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einem kleinen Infovideo mit ganz auf dem Schoß. Alles klar. Ihr seht es, ich setze es gerade am Rechner, der ist aber geradeaus. Der ist geradeaus. Ja, alles klar. Der ist im Moment aus, aber heute Abend oder vielleicht morgen Abend gibt es vielleicht wieder einen Stream. Ich bin am überlegen, ob ich einen Stream mache und muss ich meinen Arm bestimmt so weit aufstehen. Das wird verdammt schwer. Wie kriegen die anderen Leute das denn? Heute Abend gibt es einen Stream. Oder vielleicht morgen Abend. Ich weiß noch nicht genau. Ich muss das auch mit meiner Frau dann absprechen. Und ähm... Kannst du mal, was machst du da? Wie ich das Knie so gut? Heute Abend oder morgen Abend, wie gesagt, gibt es Stream. Erst vielleicht mal wieder ein bis anderthalb Stunden Minecraft. Das nehme ich dann auch wieder auf und dann geht es wieder ein bisschen horrormäßig weiter. Entweder, äh... würde ich sagen, ähm... Death's Base, wieder eigentlich äh... Der erste Teil, weiter. Oder... Resonative. Da hätte ich auch Bock. Und äh, wer Bock hat, der schaltet mit ein. Bis heute Abend oder vielleicht morgen Abend. Bis dahin. Tschö.